Musik Herzlich Willkommen liebe Leute zu einem weiteren kurzen Diablo 3 Beta Video hier von MMOZone. Ja, Blizzard hat in der vergangenen Nacht endlich, muss man eigentlich sagen, den deutschsprachigen Beta Client hochgeladen und auch fertiggestellt. Und ja, ich möchte mit euch jetzt hier einen Blick auf die deutsche Sprachausgabe der NPCs in New Tristram werfen. Ich kann mich hier gerade nicht für den Char entscheiden, nehme ich einfach den Wizard. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt gleich mal in New Tristram um und hören uns viel mehr um. Denn das ist eigentlich schon, ja, recht episch, sage ich einfach mal. Und ja, ich würde sagen, wir fangen dann gleich direkt mit dem Schmied an, gehen dann weiter über Deckard Cain und Lear. Und ja, jetzt ist Ruhe. Ja, ziemlich rabiat. Als der Skelettkönig fiel, lag mein Großvater durch eine Schwertwunde tödlich verletzt im Sterben. Er hat die Krone mit in sein versiegeltes Grab genommen, um sie sicher zu verwahren. Ich habe den Untergang Tristram studiert. Doch man vergisst leicht, dass es um echte Menschen geht. Euer Großvater war ein tapferer Mann. Naja, hier hat man nochmal ein bisschen was zur Story erfahren und... Ja, jetzt Deckard Cain. Ganz interessant. Ja, jetzt bin ich zum Skelettkönig gelang. Ach, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Der Skelettkönig wird noch heute sterben. Ich muss den gefallenen Stern finden. Was habt ihr über eure Mutter herausgefunden? Sie stammte ursprünglich nicht aus Tristram. Sie kam während der Unruhen her. Sie war auf der Suche nach etwas. Doch ich bin nicht sicher, was das war. Sie erinnert mich an Onkel Deckard. Besessen von dem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Und ja, das ist Material, was wir dann aus den Trailern kennen. Das ist also das Ende? Sie haben meinen Wagen von der Straße gezogen, aber warum? Ich kann ihn nicht reparieren lassen. Ich kann genauso gut ein großes Loch graben und mich zum Sterben hineinlegen. Wenn ihr euch dadurch besser fühlt, solltet ihr das vielleicht wirklich tun. Oh Gott, die Stimme erinnert mich so ein bisschen an Evie, heißt der, glaube ich. Aus Deadwood. Ich weiß nicht, falls ihr diese Serie kennt. Weißt du, was alle von ihren Sorgen ablenken würde? Krass. Eine von Theodas großen Komödien. Ich habe eine davon gesehen. Zwei als Frauen verkleidete Männer, die sich ankeifen und sich die Mieder zerreißen? Klar, das würde mich wahnsinnig erheitern. Gut, das zu hören. Proben in drei Stunden. Und ja, jetzt kommt hier so ein bisschen Bedorftbewohner Smalltalk mehr oder weniger. Ist aber alles schön synchronisiert, wie ich finde. Wusstet ihr, dass König Leoric seine eigene Frau hinrichten ließ? Und da hat sich Blizzard wirklich Mühe gegeben, also kann man nicht anders sagen. Auch gleich vorne der Barkeeper ist recht interessant. Im alten Dorf aufgeräumt und dazu noch Deckert Cain gerettet. Was? Ich werde nie wieder gegen euch wetten. Und ja, jetzt hier. Seht ihr, das Problem ist, dass wir diesen Ort niemals Neu Tristram hätten nennen dürfen. Wir würden wohl kaum ständig angegriffen werden, wenn wir uns, ach ich weiß nicht, Neuburghausen genannt hätten, oder? Na, wenn das hilft, ich weiß ja nicht. Aber ich meine, der Humor ist auf jeden Fall da und die Synchronisation auch. Tristram war einst so ein wunderbarer Ort zum Leben. Meine Familie lebt hier, seit die Stadt aus den Ruinen des alten Tristrams entstanden ist. Aber jetzt? Es ist schrecklich. Die geliebten Verwandten, die wir beerdigt und betrauert haben, bedrohen nun unser Leben. Und ja, damit sind wir schon am Ende des Videos. Das war jetzt mehr oder weniger der First Look in die deutsche Sprachausgabe der NPCs. Und ja, ich muss sagen, sehr gut gelungen, gefällt mir sehr gut. Und weitere Videos folgen natürlich. Und ich sage bis demnächst. Macht es gut, haut da rein. Ich sage ciao.